Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Montagsvideo. Warum das Ganze? Ganz einfach. Im letzten Stream haben wir wieder den nächsten 50er Schritt erreicht, nämlich die 250 Abonnenten diesmal. Und bei mir gibt es ja wie immer alle 50 Abonnenten eine kleine Verlosung. Und die machen wir jetzt, bzw. jetzt kommt das Video. Wo drin vorkommt, was ihr alles machen müsst, damit ihr gewinnen könnt. Als allererstes mal, wer kann alles gewinnen? Gewinnen kann jeder Abonnent, der unter dieses Video erstmal liked und eins von den drei Sachen reinschreibt, die er gewinnen möchte. Die Sachen, die man diesmal gewinnen kann, ist zum einen 5 Euro Playstation Guthaben oder der Battle Pass in Fortnite. Der ist vergleichbar mit 800 bis 1000 V-Works im Shop. Also falls ihr den schon habt, könnt ihr euch da was zwischen 800 und 1000 V-Works auch aussuchen. Das ist auch kein Problem. Oder es gibt ein Steam-Code für ein Spiel. Und das Spiel wird diesmal sein Crazy Machines 3 für PC. Und da müsst ihr einfach mit ein paar vielen Teilen Kettenreaktionen auslösen. Und das ist eigentlich ein ganz witziges Spiel. Also für die, die mit allem nichts anfangen können, die können vielleicht damit was anfangen. Wie könnt ihr gewinnen? Wie schon erwähnt, ihr müsst kurz das Video liken, in die Kommentare schreiben, was von den drei oben genannten Sachen ihr denn gerne hättet. Und es kann sein, dass ich dann vom Gewinnern eben noch einen kleinen Beweis abfrage. Am besten ist es dann wieder über Discord. Ein kleiner Screenshot einfach, dass ich auch wirklich sehe, dass ihr abonniert habt. Bei einigen weiß ich es ja. Bei den Leuten, die regelmäßig in den Streams dabei sind. Bei den neuen Leuten, da wäre das dann notwendig. Einfach damit man halt auch wirklich nur die Abonnenten belohnt. Dann brauchen wir aber noch einen Zeitraum. Und zwar von dem Moment, wo das Video online kommt. Das ist am Montag, den 22. Und da habt ihr dann bis Donnerstag um Mitternacht wieder Zeit. Und am Freitag, beziehungsweise Samstag, wird dann ausgelost. Je nachdem, wie ich es schaffe. Und also ihr habt bis Donnerstag um Mitternacht Zeit. Einfach um das zu machen. Und dann könnt ihr da mitmachen. Wird wieder verlost auf meinem Glücksrad, wie immer. Und mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Ist alles wie immer. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche noch. Viel Glück. Und bis zum Gewinnspiel.